Dresden ist deshalb eine spannende Stadt, weil sie international ist. Ich stehe für 5000 zusätzliche kommunale Wohnungen. Kindergärten und Kinderkrippenplätze für jedes Kind. Wirtschaftsförderung wird Chefsache sein und mit mir bekommt Dresden mehr Radwege. Aber eine Diskriminierung der Autofahrer wird es mit mir auch nicht geben. Ich möchte, dass Dresden eine lebenswerte Stadt ist für uns alle.